Also, das ist mir wirklich irgendwie peinlich, aber naja, ich sag's wie es ist. Der kalte Krieg fehlt mir. Echt? Es war gar nicht so übel, Angst vor den Russen zu haben. Wenigstens hat's Reagan erträglich gemacht. Heute sind die beiden wie Relikte aus einer alten Wochenschau, aber in meinem Kino sind sie noch immer zu sehen. Es ist, als müsste man seinem Präsidenten sagen, dass sein Hosenstall offen steht. Psst, George, George, komm aus dem Panzer, George. Heutzutage fährt man nicht mehr mit dem Panzer, glaub mir. Aber ohne die Russen, Mann, wen soll ich jetzt hassen? Mich wahrscheinlich. Früher konnte ich mir sagen, Mann, du bist ja total am Arsch. Was für ein scheiß reglementiertes Leben du führst. Aber war ja nix dabei, versteht ihr? Weil, wumm, adios, nukleare Winter. Jetzt plötzlich muss ich mit mir selber leben, versteht ihr? Wer will das denn, Herr Gott? Ab sofort kein Lenin, kein Marx, kein Kommunismus. Als erstes wollten sie McDonalds von uns. McDonalds, stellt euch vor. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass wir demnächst bis zum Arsch in Styroportassen und Dosenlaschen sitzen. Eine einzige große Welt, sagt ihr? Ein großes Maul käme eher hin. Ein Gierschlund, eine Weltzunge, ein Universalkropf, der alles auffrisst, was im Kühlschrank ist. Und dann, Mann, dann gehen wir wieder aufeinander los. Nur noch gemeiner und noch hungriger und bis oben hin vollgedröhnt, bis wir in einem Schweinekoben enden und deswegen ein paar Kartoffelschalen die Kehlen aufschlitzen und das ein unveräußerliches Recht nennen. Erinnert ihr euch an das Graffiti an der Berliner Mauer? Wir kamen, wir sahen, wir haben ein bisschen eingekauft. Einkaufen, ja, schön und gut. Nichts dagegen, aber ich weiß auch nicht. Vielleicht fehlt es mir an Einfühlung. Ich habe Angst. Dumm von mir. Ja, ich habe Angst, okay? Guckt mich nicht so an. Ich bin liberal. Okay, dann irre ich mich. Sagt ihr mir, was ich denken soll? Okay, dein Schenster ist mir, was ich dir nicht so ab.